Wie viel Glück die immer haben. Ich weiß nie wo wir hinziehen sollen, jetzt werde ich eh bestimmt von hinten gequillt. Ja, Blindschlag. Behe da! Ich lade nach! Das ist ein Abschuss! Ich muss wieder mein ganzes Magazin fast drauf verschwinden. Killt er mich noch ums Tu da? Der Schrotgrittenmann ist so unterwegs. Ja, was soll ich denn auch machen gegen zwei Stück? Wie der letzte Kill? Der Schrotflinster ist so hoch. Das ist kein Schlotflinster. Wenigstens kein Schlotflinster... Doch, was ist das? Schrotflinster? Keine Ahnung, ist mir egal. Call of Duty, PC. Bestätigen Regen aus? Schrotflintern Typen, ey! Ich kann kotzen. 6 zu 18. So, mit den Schmonkeys habe ich jetzt keinen Bock. Das ist alles nur von der schruttflüten Pussis. Ach, blazer hört sich das an. Oder? Oh, danach schon was? Ne. Ja, blazer habe ich eigentlich keinen Druck. Jetzt läuft es erstmal wieder kurzflüssig. Ah, ich habe es geschafft. Das ich es nie um die Ecken bauen schaffe. Ich werde immer da voll gekillt. Der Zeitplan ist in Gefahr und der Heilung. Hey, das gibt's nicht. Ah, wieder Assistent. Ich kriege gar nicht den zweiten Assistent. Voll beschiss, immer steige ich ins Spiel ein, wo wir verlieren. Ah, wieder Assistent. Ja, was soll ich denn auch machen gegen zwei Stück? Wie dein Mann? Es ist doch beschiss hier alles. Oh, nice. Und der wird schon mal. Ey, den Kill hätte ich jetzt gerne mal bei dem gesehen. Den Kill hätte ich gerne mal gesehen. Wow, das... Das Kill. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Ja, hat er sich gerecht glaube ich. Elektroauto. Ne, er legt bei uns halt in Talia. Ne, er schießt immer noch, wo er nachlädt. Campos. Eigentlich, ich kann Puck mal auf die Waffe. Damit hab ich, also mit den Leichnen, gewiss hab ich so... hab ich eigentlich nicht gespielt. Mit dem hab ich bei der PS3 immer oft gespielt, mit dem Scharfschützengewehr. Speziale Einsatzschild, Einsatzschild ist eh scheiße. Hä? Achso. Versuchen wir unser Glück mal mit... Ähm, ja... Nein, das roll ich nicht. Schnell, 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 entfernen, 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 er... Fack. Overhaloff. Pakistan. So... So, mal gucken wie es mit denen, mit der Flässe läuft. Alle Feinde ausschalten. Sie dürfen nicht wissen, dass wir existieren. Aha. Wir haben den Volk abgehungen. Ich seh nichts. Oh, da hab ich Granate gehört, ja... Zurück! Fack. Was ist denn los? Warum kann ich nicht mehr laufen? Achso, ich mein jetzt. Granate fliegt! Hier bleib ich, hier bleib ich, hier bleib ich. Hier läuft's gerade gut, hier läuft's gerade gut, hier läuft's gerade gut. 3 zu 0. Wir verlieren diesen Kampf. Ja. Ich hab ihn gerade schon im Augenwinkel gesehen. Das Scheiße bei der Waffe ist, dass mir immer, ähm... drauf drücken muss. Ein weiterer Abführ. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn... Kriege. Und neutralisiert. Headshot. Ich wette, jetzt kommt hier einer. Ich wette, ich wette, ich wette. Wir gewinnen diesen Kampf. Aha, Opfer. Hä? Wir hatten unsere Kontrolle verloren. Abschuss! Habe ich mich gerade Lucyz extrem konzentriert getan. Wo 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 wo-oh. Da geh ich lieber nicht hin. Inanswer kratzt werden Philipp. schweine so kann man zwar mit der waffe bessere und das war nice headshot er dreht sich kurz einmal da oben Headshot. Das sind halt alle Freaks. Haben alle leider nix gegen machen. Ich war's. Scheiße, das ist scheiße, dass man bei der Waffe draufdrücken muss, sonst hätte ich den gekillt. Und was macht der? Granate geworfen! Leck mich doch, ey! Ich fand schon mein Fuß zu schwirren. Granate fliegt! Ich bin der Mutter von mir echt. Ah, wieder Assistent. Und wieder Assistent. Haben sie gleich. Auf die Beine! Boah, wie schwer. Ey, Headshot, ey. Willst du mich verarschen? Zwei Headshots hintereinander! Ey, so Freaks, ey, so Freaks! Wir haben die Kontrolle verloren! Zwei Headshots hintereinander, ey! Achtung! Feindlicher Orbital-Satellite! Feindliche Orbital-Satellite! Leck mich! Mach mal, wo ist er, um, wo ist er! Ey, das macht KEIN' Bock! Pussy-Formation einschalten! Achtung! Feindlicher Orbital-Satellite! Aber das schaffe ich wohl auch nicht. Mit Schrot finken die Tückeln und auf mich. Fast. Ein weiterer Abschuss! Wir verlieren diesen Kampf! Oh, geht doch. Schaut euch, ich hab ihn noch getroffen. Feindlicher Orbital-Satellite! Ey, ist klar, ist klar, so ist und klar! Er kämpft die ganze Zeit gegen den und dann verwirrt er mich. Ist klar. Das war geil. Jetzt schon wieder zum dritten, drittes Spiel, drittes Mal hintereinander, letztes Mal gekillt. Das war geil, ein Killer von mir. Nein zu zwölf, zweiter. Nein zu zwölf, halt schlecht eigentlich, aber zweiter. Das will ich jetzt mal probieren, aber nicht mehr. Ah, geht mir vor. Also mache ich mal das hier. Dann kann ich nämlich hier auch das hier auswählen. Dann kann ich das hier entfernen. Habe ich hier irgendwas drauf? Ähm, leicht... Nein, das ist besser. Ähm... Die mag ich nicht. Handgranate, Brauchgranate, EMP-Granate, das. Und... Hm... Das kann ich ja noch gut verwenden. Das ist vielleicht gut, aber egal. So... So... Ah, ich hätte noch eine Kanate, ähm, EMP-Granate auswählen sollen, aber... So, 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 so. Team Deathlatch. Beide mal, zum Verlieren. Dann haut mal rein. Das ist die größte Waffe. Wir haben den Vorteil erhoben. Wir haben den Vorteil erhoben. Wir haben den Vorteil erhoben. Oh. Scharfschütze erledigt. Vorrücken.